Der Monte Chilo Gran Reserva Selezione Special ist eine große Rarität. Dieser reinsortige Tempranillo reifte 30 Jahre in den Kellern der Bodega und kam dann erst in den Verkauf. Durch den Holzfassausbau von 40 Monaten zeigt der Wein sich sehr klassisch mit wunderschöner Frucht, feinen Röstaromen, Gewürzen. Er ist fleischig, sehr saftig, samtig, vielschichtig, dazu hochelegant und einfach verführerisch weich.